was geht ab freunde willkommen zurück zu einem neuen video von unserem kanal stickerpoint.de und heute öffnen wir was davon habe ich wirklich gar keine ahnung also absolut keine bei yugioh kenne ich mich noch so ein bisschen aus fußball sowieso pokémon auch ganz gut wrestling haben mir geöffnet kannte ich auch noch so ein bisschen was aber jetzt kommt was gar keine ahnung davon und wahrscheinlich wird man mich dafür steinigen und in der luft zu reisen weil man sich sagt wie kann das sein dass sie davon keine ahnung hat aber es ist leider so und ich bin ehrlich mit euch deswegen ich zeige euch heute die karten damit ihr wisst was da drin ist es hat sich nämlich ein zuschauer gewünscht und es dreht sich um star wars the mandalorian top sammelkarten zu dem thema star wars wir haben hier heute eine ja was ist das eine box special box ich weiß auch nicht mal wie das heißt klar wie heißt denn diese box premium box das ist eine top sammelkarten trading cards premium box und ja wie ihr hier sehen könnt uvp der box 19,99 bei uns im shop kriegt ihr sie für 17,99 link dazu in der video beschreibung ich würde sagen wir öffnen hier an der seite mal das ziel und ja schauen uns mal an was hier so drin ist okay uns kommen booster entgegen und mehr auch nicht wir haben hier 100 karten includes six guaranteed parallel cards okay das sind dann ja diese booster hier wo wir zwei premium parallel parallel cards in trainer haben pro pack noch mal und dann haben wir hier noch zwei eins zwei drei vier fünf sechs sieben normale booster also insgesamt zehn packs und ja wir haben hier so einen krieger dann noch jemanden das ist baby yoda den kennt ja wohl je also den kennt ja wirklich jeder und ich würde sagen wir machen einfach mal hier so ein pack als erstes auf 231 karten hat dieses set 20 base karten 25 mandalorian characters 1 in jedem 1 also 1 in jedem 1,4 packets okay und dann gibt es noch parallel versions of all 25 cards replacing regular mandalorian character foil cards in the following ratios yellow okay also hier gibt es welche 1 zu 825 packs golden number 1 1 1 in 2 1 81 packs okay naja wir gucken mal was wir hier drin ziehen können wie gesagt ich zeige euch heute die charaktere bzw die karten und hier haben wir eine karte mit so einem goldenen rand die sieht eigentlich ganz nice aus koskar reeves was steht hier hinten oder so mit drauf koskar reeves oder das ist so klein das kann ich kaum lesen a master of hand to hand combat koskar reeves is loyal to bo katan and is a member of a band of clan cries mandalorians striking back at imperial okay steht nicht auf deutsch auf den karten na gut also character karte koskar reeves dann haben wir die mandalorian chapter 4 moment ich glaube ich muss das so und drehen hier haben wir safe and sound dann mit baby yoda off and away again sandcrawler person taking the child und good news for moff gideon ist das ist das da freud der hat so ne ähnliche dings keine ahnung dann haben wir hier einen kleinen dino oder so eine echse the passenger the legend continues star wars the mandalorians long life the empire und tools of the bounty hunter craft charge und concept art so das waren die karten aus dem ersten booster ähm was das hier für eine karte ist ich weiß es nicht keine ahnung äh so machen wir mal das zweite packet auf ähm diesmal glaube ich am besten falsch rum so rum hier irgendwie also dass man die karte nicht direkt sieht so ich glaube die letzte karte ist tatsächlich so die beste the child's new friends ah ok ich ich jetzt ich glaube nicht mehr ist es da weiter touching base with greff karga wir haben alle so ähnliche rüstungen ok enter the dark troopers na gut gut one final option keeping her word shoot out to escape ähm a und c aliens and creatures ok concept art dann haben wir hier ok okay okay was haben wir erstmal characters fennec shant und dahinter haben wir einen morphgedeon als tops crystal card crystal cards waren ne eine in zwölf packs ist doch gut morphgedeon also ich glaube dass es gut ist legen wir mal an die seite ja das war pack nummer zwei wir machen mal hier so ein so ein premium parallel cards pack auf ähm gucken wir mal was da so drin ist ich erkenne wahrscheinlich nicht mal diese premium parallel cards sei denn die sind jetzt hier auch am ende the assassin reborn the incinerator trooper searching for throne the client the client pieces of the puzzle ähm cop van's tale aliens and creatures mythrol so das sind glaube ich jetzt hier coel characters ich weiß nicht ob das die premium parallel cards sind mich und ex 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 wufs die karten haben wir noch mit dabei äh da weiß ich auch nicht ob das in jedem 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 dings die gleichen sind in jeder box äh oder ob die auch unterschiedlich sein können So, dann haben wir IG-11-Rescue Found Forging New Armor Battle Against Beskar A Powerful Connection Stranger in Town Attacked by Chauda V-Yedi Revealed Concept Art mit Baby Yoda Und Dark Trooper Die Karte sieht auch nice aus Ich gehe mal davon aus Dass Die Dark Trooper nicht die Guten sind Aber ich weiß es nicht Vielleicht ja doch Pure Firepower The Hurling Forging the Pauldron Dinn Breaking In A Daring Escape Plan The First Plan Unfolds Another Unlikely Intervention Tools of the Bounty Hunter Aliens and Creatures Due Back Und IG-11 IG-11 Ein Roboter Als Charakter So, wir haben noch drei Booster Wir machen noch eins hier von auf Peli's New Job The Village Sanctuary Secret Bounty Boba's Brutal Soul Aftermath And The New Republic Peli's Getchelite The Child's New Friend Concept Art Star Wars The Mandalorian Hang On Hang On This Might Get A Little Bumpy And Moff Gideon So, dann machen wir jetzt hier nochmal so ein Premium Booster auf Und zwar haben wir The Mandalorian Takes Off Crossing Out The Kids The Negotiation Paid in Beskar Steel The Ice Beast Returns Concept Art Tools of the Bounty Hunter Dann haben wir hier oben Stormtrooper Das sagt mir auch was Ja, den kennt man natürlich auch Stormtrooper Dann haben wir Baby Yoda Sehr nice Und Moff Gideon Den haben wir ja auch noch nicht oft genug gezogen Baby Yoda ist auf jeden Fall sehr sehr cool So Hier haben wir The Mission Begins Successful and Reunited Java's on the Offensive Defensive Entschuldigung The Fight Is On Waking Up The Beast Trials in the Force Discussion Gone Wrong Flame Projector Concept Art Und Remnant Stormtrooper So, letztes normales Booster Und dann haben wir noch Ein Special Pack Und danach sind wir durch Wenn euch das Video gefallen hat Auch wenn ich jetzt hier nicht so viel zu den Karten sagen kann Jetzt wackelt hier alles Lasst gerne einen Daumen nach oben da Würde mich auf jeden Fall sehr freuen Okay, hier haben wir Okay, hier haben wir einen bösen Nashorn Biber Irgendwas Monster Alien Kreatur Keine Ahnung Ähm, ja wie gesagt Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne einen Daumen nach oben da Abonnieren und Glocke aktivieren Nicht vergessen Um kein Video mehr zu verpassen Ähm, es wird auch noch weiterhin lustig Wir werden nämlich noch was öffnen Von dem ich keine Ahnung habe Das erfahrt ihr dann aber In einem der nächsten Videos Taking Back Moss Pelgo Banta Diese Karte sieht auch süß aus Und Ahsoka Tano Ah Okay Ja, das waren die normalen Packs Jetzt kommen wir noch hier zu diesem Premium Pack Und, achso Ja Freunde Wenn ihr noch was habt Wo ihr sagt Das muss er auch mal öffnen Und in einem Video zeigen Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen Wie hier zum Beispiel Äh, The Mandalorian Ja Da wäre ich niemals von selbst drauf gekommen Das mal für euch zu öffnen Aber Jemand hat gesehen Er möchte, er möchte das sehen Und Dann öffnen wir das auch Es kann natürlich immer ein bisschen dauern Ähm Aber Wir gucken schon Dass wir auch auf die Wünsche eingehen The Child's New Journey Und auch wenn ihr was sehen wollt Was wir schon mal geöffnet haben Wo ihr sagt Wollen wir nochmal sehen Gerne auch da einen Kommentar schreiben So Moff Gideon haben wir hier nochmal Die Karte haben wir jetzt schon gezogen Ich bedanke mich Ich bedanke mich Dass ihr dran geblieben seid Wie gesagt Coole Karten auf jeden Fall Ähm Ja Hab wirklich keine Ahnung davon Die Karten gehen jetzt Äh Weil ich das auch schon oft unterkomme Äh In Video Unter Videos gelesen hab Mit dem Tauschen Oder kann ich Karten haben Kaufen Ähnliches Ähm Das geht leider nicht Bitte habt Verständnis dafür Die Karten werden bei mir gesammelt Die kommen jetzt in eine Kiste Und wenn diese Kiste voll ist Werden die Karten an ein Kinderheim übergeben Damit die Kids dort Auch was davon haben können Weil die haben meistens eben nicht die Möglichkeiten Sich solche Karten zu kaufen Und ähm Da möchte ich einfach ein bisschen was Zurück geben In diesem Sinne Bedanke ich mich Dass ihr dran geblieben seid Wünsche euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns beim nächsten Video Ich bin raus Haut rein Und Ciao